Hallo und herzlich willkommen bei der D-Schule. Für alle Fasnächtler startet die fünfte Jahreszeit mit Livemusik. Also liebe Männer, Vendela trägt einen sexy Red Bikini. Das ist völlig egal. Es ist bitter kalt geworden. Ich werde mich jetzt schlagartig umziehen. Oder als Pharao. Oder als Pilotin. Oder als Burgdame verkleidet. Zieht euch an wie eine Zwiebel und probiert es aus. Und übrigens, wenn wir mehr Kraft einsetzen, dann verlängert sich die Bahn des Steins. Also wie wirft man die Steine auf das Eis? Und dann muss man sie... Ist euch das zu schweizerisch? Hier gibt es ganz etwas Spezielles und vor allem Pflegeleichtes. Tönt doch ganz einfach. Aber ist es das auch? Falsch machen könnt ihr eigentlich nichts. Und denkt daran. Den Besen richten. Den Stein nehmen. So. Nun wisst ihr das Wichtigste. So einfach ist es. Hauptsache verkleidet. Ist halt Ehrensache. Ich wünsche euch einen wunderschönen, abwechslungsreichen Abend. Viel Spass und lasst es richtig krachen. Das verleiht ihnen einen Free Spirit. Aber was kann man dagegen tun? In den wilden Westen abzutauchen. Oder immer durch die Nase einatmen. Und jetzt gehe ich üben. Tschüss. 5 20 20 25 20 Bis zum nächsten Mal.